Aber so aus der Ferne, dass du nicht in der Ult drin stehst, sofort canceln. Und das Problem an der Haze-Ult mit Rafe ist, die Haze-Ult hat meistens genauso viel Range wie dein Interrupt. Wenn du nicht auf Range gehst und dementsprechend kriegst du halt trotzdem mindestens erstmal 300 Damage, bis die... Bo und Krill haben Putsch-Ult, ist dann drauf. Ne, nicht Putsch-Ult, oder? Ich hoffe, das ist Putsch-Ult. Ja, ne Mischung aus Shaman, Shackles und Putsch-Ult. Also ich hab meinen ersten Pull schon mal getroffen. Also auf Level 1 hab ich ja gar keine Reichweite mit dem Robo. Holy shit. Also ich mag bei dem den Standard-Sitz weg. Sollte ich mir ja zwei Filamenten. Ich hab's nicht mehr. Flank. Was steht da dran? Bebop. Also ich bin nicht Bebop, aber weil ich mag den... Den Laser. Komm, ich hab's bei gehauen. Schade. Ich hab's jetzt jede Menge HP getradet, aber ich hab trotzdem von den Spektrum. Jetzt ist der Lenkiger hier mit dem Wolkenstipfler. Ey, wo ist die hin? Die ist gerade gut weggegangen, wie bei ist. Die ist nicht weiß, ich hab's wirklich gesehen. warum ist denn der gelbe shop links das ist eine dumme idee es war eine richtig dumme idee ich bin ich bin beide sehr low aber wir sind auch beide sehr low leider ja ich sag ja wir sind beide sehr hoch so ich habe verstanden die sind beide sehr low die eine war schon tot ja wir hätten einfach weggehen sollen nachdem wir nicht mehr weggekommen weiß ich nicht jetzt haben wir halt einen kill für zwei getradet ist irgendwie doof ja deshalb wurde mir schon mitgeteilt warum ist jetzt in fernos oder die doing oh wait kind of a fisch lane oops sorry infernos my bad boom das hat sogar recht gut funktioniert die sind wir alle bei bei der dach So, wir haben den ersten Down. Müssen wir wahrscheinlich rotieren. Und was kaufen gehen. Ich hab jetzt zwei hier auf der Längdgegend. Längdgestill. Orangen kamen wieder rotiert. Oh, ich bin schon direkt in Alis-Geramen gerollt. Hast du Orangen schon rotieren? Können wir machen, ja. Ich würde nur gerne vorher einkaufen gehen. Warte mal, kannst du das rausgehen? Ich hab jetzt zwei Gegner auf der Lange gehabt. Achso. Ich würde hier trotzdem mal kurz einkaufen. Und dann zu Orangen und Gelb in die Richtung gehen. Hier ist ja noch ein Schöpfchen. Und ich hab 2000 Seelen. Müsst mal shoppen gehen. Good luck completing the Ritual. Don't mind the blood on that. It's gently used. So. Ich lass dir jetzt alleine Badewanne, ne? Ja. Ja, man muss da nichts IP mitnehmen. Aber ich hab 1500 Seelen erhält auf meiner Lange. Meine Lange läuft kleinbar, ganz gut. Snack! Fett. Stopp. Okay, soll ich dann nicht zu deiner Lange kommen? Dann pushe ich hier mit Orange. Jetzt bin ich Held noch hier. Das heißt, ich bin drei Leute hier. Und ich spüre Held und ich bin nicht da. Okay, dann komm ich mit zu dir. Dann können die ja hier alleine pushen. Dann das Ding. Wie gesagt, Badewanne ist schon alleine nicht. Das ist genau gesehen da oben. Soll ich reinpullen oder soll ich einfach nur mit Verteidigen helfen? Dann haben wir das schon mal. Sehr schön. Haze war noch irgendwo. Ja, da. Haze. Haze ist abgehauen. Okay, dann lasst uns den Guardian machen und dann für Orange. Okay. Dann Orange. Ja, jetzt müssen wir nicht zurückhauen. Mahlzeit und Tschüss. Trudy Sono. Oh no. Aua. Aua. Ich muss mal kurz zurück, mal was zum Heilen kaufen. Ich bin wie so ein sehr low Healing-Ride. Extra Spirit. Extra Stamina. Er kommt hier mit so low auf die Lane, dass ich sie einfach in einem Spell killen kann. Okay. So. I'm back. Ich habe jede Menge Demonstration. Ich habe noch einen Kill gekriegt irgendwie, aber... Gefühlt war das Team auf Orange nicht so gut. In meiner Wahrnehmung. Warte, wir brauchen nicht wahrscheinlich noch eine andere Lane als immer blau pushen. Also, ja. Kann man. Wir wollten erst mal den anderen, den übrig gebliebenen Frontline von denen machen. Okay. Okay, der ist auch am Denying hier. Alles klar. Der macht einfach seine Cult, wenn ich ihn ziehe und töte mich damit. Okay, cool. 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 Das ist nicht so geil. Da ist wieder ein Duo unterwegs, der... Die Vindictor und der... Der Moe und Chris sind auf jeden Fall zusammen in einem Team. So schnell, wie sie reagiert hat. Darauf, dass ich sein Body gezogen habe. Okay, pushen wir einfach eine andere Lane und lassen orange-orange sein? Mach ich zumindest so. Und jetzt... Erstmal den falschen Weg genommen, dann zweitens wieder gegen den Ausland gesprungen. Also ich bin noch ziemlich am Uf mit Krippel. Die Vendigter macht mich rund. Die knallt mir ganz schön ins Gesicht. Die Vendigter ist noch ein paar. Der ist ja noch nicht gut gespielt. Ich gehe mal zur Purple mit. Da scheint es Probleme zu geben. Die hat mir nur gerade zwei Headshots mit ihrer Ult reingedrückt, weil ich mich kaum bewegen konnte, weil ich meine Ult gedrückt hatte. Was ist denn? Wie viele Stunts gibt es denn hier? The fuck? Oh, so close. Ah, danke, dass da noch was secured wurde. Was wurde noch was secured? Was? Was ist noch zu love? A joint laser? Findet ihr mir Scheiße. Ich kann dir leider nicht helfen. Ich bin das Arm und Silent. Janos ist einfach gestorben. Ich bin nicht sicher, was wir hier tun sollten. Das ist super langsam. Ich habe sie so weit hochgeboxt. Ja, Mann. Ich habe dich kurz bereut. Sie macht ihre Ulti an und ich kicke sie in uns rein. Aber ich glaube, sie ist schnell genug gekippt. Ich habe das Gefühl, ich bin hier gar nicht so gut gewesen mit meiner Ulti. Ich habe die Hattie, der gerade eben schon auf dich gekostet. Der wurde, glaube ich, gecancelt. Der hatte, glaube ich, niemanden, den er angreifen konnte mit der Ulti. Geht die denn nicht auf Coolland oder was? Anscheinend nicht. Vielleicht war das auch nicht seine Ulti. Das kann nicht so sein. Also der hat einen Ground Stomp, was nicht seine Ulti ist. Und der hat dann noch so ein... Ach gut, dann ist der... Ich habe mir gedacht, dass er Ground Stomp ist. Ich habe mir gedacht, dass er nicht mehr kommt. Alter. Meine Fresse ist der am rumfliegen. Der lässt. Oh, fuck. Ja, ich fand mich. Ich stand oben auf dem Dach. Ich mache einen Schritt nach rechts. Und der geht nach uns hoch zur Seite. Ich glaube, dass ich ihn nicht mehr sehe. Ich gehe nach links. Ey, Haze ist über uns. Oder vor uns, besser gesagt. Da ist ein Haze. Da war einer Haze. Da war einer Haze. Die hat auch nicht geult oder sowas rum, wo ich sie gezogen habe. Das fand ich sehr nett von ihr. Okay, die Ulti auf die Pause benutzen ist ziemlich useless. Schießen ist so viel effizienter. Ja, da war ich auch überrascht von. Die haben wohl irgendeine Reses oder so. Irgendwas ist hinter uns, ne? Da war einer Haze. Die hat nicht so gut geultet. Das war... Hey. Nein. Fund ich nicht. Aua. Die haben jetzt Bullet Spreader und sowas. Ich würde mal Base gehen und was kaufen. Ich habe nämlich 7000 Rums. Ich würde mal Base gehen und was kaufen. Jetzt kannst du auch hier in den Shop gehen. Äh, what? Welchen Shop? Äh, der ist in den Shop. Der ist, glaube ich, hier drin. Stimmt, stimmt, stimmt. Die gibt es ja auch noch. Das ist richtig. Äh, ich nehme Improved Burst, Improved Reach und das soll ich auch... E-Ball bepacken. Also das Game sieht ziemlich stompy aus für uns. Ja, deswegen... Also es ist... Ja. Oh Gott. Solo gegen die Haze ist... Ach, ihr seid unten? Wir sind unten, das ist korrekt. Das, äh... Secret Shop und so. Es ist immer überraschend, wo das dann plötzlich nach unten geht. Ihr wart halt direkt neben mir und... Auf der Map. Auf der Minimap und ich dachte, da ist jemand da und auf einmal ist die Haze komplett Solo. Ich kann nichts machen mit TK Solo, ey. Wenn ich Solo bin. Habe ich gedacht, wir werden geländerte mir aus. Nein, unser Yellow Guardian hat been destroyed. Nooo! Wir sollten gleich mal... Mal... Äh... Orange pushen. Irgendwie. Orange ist da eigentlich... Also irgendwie andere Lanes als die, die wir schon gepusht haben. Außer... Hab ich so das Gefühl, dass das nicht so die smarte Option ist. Ja, da sind nämlich drei... Oha... So, also... Hat die gerade ihre eigene Ulti gecancelt? Ja, hat sie glaube ich. Weil niemand drin war. Ich würde aber gerne nicht fighten gerade. Ein bisschen low. Damit ihr überschalten könnt. Diese Stelle, wo du hier rauskommst, ey. Okay. Okay, ihr habt's trotzdem einfach gekillt. Na gut. Wir waren noch drei Leute hinten, die die anderen zwei aufgeräumt hatten. Und als wir dann dazukamen, hatten wir sie da... Oh... The ritual is another step closer... Okay, dann geh ich mal... Ich geh mal gelb pushen. Ich hoffe ihr könnt euch da verteidigen genug. Ich sehe den spoilten Brat. Ich sehe den spoilten Brat. Ups. Ich hab da gerade unser 7 einfach reingeschmissen, das war nicht mal meine Absicht. Gott, ich ticke noch down. Ah, da kannst du jetzt aber nicht rankehren. Achso, das ist schon der, äh, firet sich ab und zu. Höh, ich will hier raus. Wir sind nur noch zu zweit, wir sollten weg. Ja, ich bin auf dem Weg. Bin zwar full life, aber ich bin auf dem Weg, so. Lass uns bei Auron die Badewanne abholen. Und... Lech freut den Leuten, ne, gerade zu Flo rüber. Wie bei uns, hier oben. Was hast du denn gemacht? Arme Mann! Ja, die Ult ist schon heftig. So, ich würd jetzt trotzdem gerne noch... Oh, einkaufen? Naja. Hier ist immer noch jemand. Da hab ich alle 4 Skills von beiden gefliftet. Wir haben nur noch einen Gegner durch den Schrein. Ich hab kurz ein Facesuit. Ich hab die Haze grad mal kurz rausgezogen von euch, ne. Das war, glaub ich, ganz gut. Unser Bebop hat ne 10er Killstreak. Was? Ich bin Bebop. Ich war weit. 10er Killstreak. Ich bin sehr low. Da bin ich auf dem Weg. Ich bin down. Du hast doch keine 10er Killstreak mehr. Was für... was für Dings hatte ich? Hillstreak. Ach so. Das hab ich... ja, kann sein. Kann sein. Warpstone, Improved Spirit, Superior Cooldown. Ich glaub, Improved Spirit will ich haben. Improved Bullet Armor. Ja, ich glaub, Bullet Armor ist gegen diesen komischen Sniper echt ne gute Idee. Ja, ich glaub, Bebop wird so ein bisschen mein... mein Liebling jetzt inzwischen. Jetzt wo ich verstanden hab... Mein Liebling noch Rave. Jetzt wo ich verstanden hab, dass der so auf Level 2 oder 3 irgendwann mehr Range kriegt. Auf seine Basic Attack. Ist das schon deutlich cooler. Basic Attack oder Nico? Ne, Basic Attack. Die Basic Attack ist super kurz am Anfang. So, soll ich jetzt zu euch rüber kommen da? Auf Orange? Auf Orange? Über uns fliegen ein Gegner. Die Haste bei mir. Die Haste geht immer auch nicht. Ich bin goldet. Ich bin goldet. Ich hab'n komischen Nahkampfkampf mit... äh... nicht. Wie du hast'n komischen Nahkampfkampf? Ja, wir stehen grad die ganze Zeit aufeinander, hauen aufeinander drauf und... Keiner gewinnt, oder wat? Ja! Ihr seid beiders... äh... gleich nur, wie ich meinst du. Wo ist er denn? Jetzt ist er schon wieder weggeschoben. Boah, jetzt hast du dich rausgerufen. Oh Gott. Du hast mich weggeschoben. Der ist immer noch da. Also unser Whisky spielt im Gegner-Team, hab ich gesagt. Ich hab' mich aber auch selbst weggeschoben. Du läufst aber auch immer von ihm weg, ne? Der läuft wieder zu dir und du rennst dann ums Haus rum. Von ihm weg. Der hält's ganz am Ende da, wie ich verloren wollte. Wo er war. Die Bombe ist schon heftig, ey, vom Damage her. Ja. Vor allen Dingen mit Fug plus Bombe plus Heavy-Hit machst du halt so viel Damage. Ja, ich hab' auch gesehen, dass der Heavy-Hit beim Einschlag wieder Damage macht. Das war mir gar nicht so bewusst. Du-du-du-du. Oh-oh. Das will ich nicht. Oh-oh. Das will ich nicht. Our blue guardian has been defeated. Oh-oh. Alter, ich bin übel low. Hm. Okay, man kann was machen direkt nach nem Pull. Ohne das, dass ich den direkt wegkicken kann. Schade. Schade, schade. Auditude, Superior Stamina, Spirit Power. Boah, der ist ja leashed. Der schminkt so viel rum. Ja. Ja. Ich mag meine Position grad nicht. Müsst du übrigens da raus. Ja. Ich hoffe, die sehen nicht, dass ich hier in der Ecke stehe. Soll uns auf dem Map eigentlich sehen. Kann ich in der Entschau... Oh nein, nein, der wird mir lang geschossen. Ich wollt grad sagen, im Shop müsstest du mit Sicherheit nicht sein. Wie in jedem Wober. Ich glaube, sie haben vergessen, dass ich hier stehe. Also... Oh nein, da kommt einer! Ja, du bist halt hoch in den Shop gegangen. Da warst du wahrscheinlich sichtbar kurz. So... Äh... Ja, machen wir die Spiridon oder wat? Bevor wir... ...wenn wir... ...nicht alle wieder da sind. Ah, die ist noch gar nicht unten. Na gut. Dann halt nicht. Dann mach ich irgendwas anderes. Was mir hoffentlich... ...herbringt. Geht auch gleich. ... Ich hab mal kurz... Oh, ich hab hier nen Gegner. Ich hab da jemanden, der hier von hinten von 7 kommt. Ich hab's dreimal angepingt. Okay, jetzt ist er raus. Hat er hingekriegt. So, ihr seid da irgendwie auf gelb am fighten, dann komm ich doch mal zu euch. Ich bin auf dem Weg zu unserem Bobbles. Bööö? Das ich da nicht gestorben bin. Habt ihr glaub ich meine Healing noch kurz reingedrückt? Ja doch, der macht den Cube Align deswegen schon. Bin ich ganz sicher warum du was an dem Cube dann war, warum du nicht gestorben bist? Äh, vielleicht kriegt man eigentlich keinen Schaden, sonst ist es nicht gespelled. Warum sind Talon und Infernus ohne Creeps in die Basis gelaufen? 7 ohne Infernus. Hey Leute, ihr braucht Creeps, um zu der Basis gelaufen. Ihr könnt es nicht ohne. Ich hab nen Sniper gefunden. Oh Gott, ich muss hier raus. Ich bin super low. Ich sterze nicht da dran, aber ich bin halt 5 HP. Ich geh mal kurz in die Base. Mit Temposchub. Seid vorsichtig, ne? Ihr seid jetzt einer weniger. Gerade. Temposchub eigentlich aktivieren wollen, aber irgendwie hab ich den nicht aktiviert. Äh. Ey, jetzt, du bist so nervig. Wie sagen wir den als Bubble, also als Guttypen treffen? Du meinst den, den Lash? Ja, also generell der Hero kann irgendwie nichts gegen Leute, die in der Luft sind. Kannst halt schießen, ne? Ja, aber darauf bin ich halt nicht gebaut. Also ich mach meinen Q ordentlich schaden. Nur wenn, der braucht halt Fläche, um zu explodieren. Ich drück immer Y statt 4. Die ist scheiße, Mann. Wieso drück ich immer Y? Y statt 4? Ja, ich will, aus irgendeinem Grund ist mein Kopf auf Y ist Ult. Ich weiß es nicht. Es ist völlig dumm. Es ist völlig dumm, aber ich mach's immer. Der Seven hat keine Ult. Zumindest hat er sie noch nicht verwendet. Gerade in der Situation wäre es eine gute Ult gewesen. Hey, Leute. Wenn wir wirklich gruppen und die Minionen mit uns nehmen, dann können wir das leicht gewinnen. Aber wir müssen gruppen, Leute. Inzwischen weiß ich nicht, wie easy wir das gewinnen. Infernus, bitte warte für uns. Geht nicht alleine. Ja, wenn wir einfach wirklich mal zusammenspielen würden, würden wir das schon easy gewinnen. Ihr habt halt jetzt noch gefeit, wo ich gesagt hab, ich muss rausgehen. Vorher war schon einer tot und so weiter. Es war schon deutlich nicht gegroupt angegriffen. Ja, vielleicht sollte man, bevor man rein pusht, auch mal den Mid-Boss holen. Da ist eine Haze hinter dir. Da haben wir schon mal eine Haze raus. Wollen wir in der Mitte machen? Ja, da ist wieder der Typ mit der... Ey, ich glaub nicht, dass wir mit Boss machen, oder? Bisschen Empfehlung zu dritt. Ja, ich glaub nicht, ich glaub nicht. Ich komm zu Euch. Ich bleib' Euch. Nee, weil wir in der Infernus glaub' ich. Der guckt da von ganz oben runter. Das ist ja lame as fuck. Und ich kann nicht treffen. Höh? Die sagen können um Wände hitten. Das ist ja spannend. Ich komme hier also jetzt wieder nicht rein. Ich bin so richtig... Die waves sind alle bei uns. Ich muss rauskommen, Furners. Ja, genau deswegen. Ein bisschen chillen und so. Kann der irgendwie nicht. Wieso kann ich die nicht wegkriegen? Ich muss wieder heilen. Ich muss wieder heilen. Sorry, Leute. Ist der Gegner tot als bei uns? Aber wir brauchen 3 Leute. Ich kann mitkommen, aber ich dachte wir wasten dann sehr viel Zeit. Fühlt. Ja ansonsten stehen wir halt gerade nur bei denen davor und machen nichts los. Ich bin da mit Boss. Ja irgendwie. Nicht? Okay. Also ich bin ja halt hier aber ich hab nicht so viel damit stehen gehen. Kann ich tanken. Noll. Der bleibt sogar da auf dir. Das ist ja lustig. Ja. Okay bei der Hälfte des Lebens wird er... ...getriggert. Können wir hier noch was einsammeln? Ne. Ja man muss dieses Ding mieten. Ich das... achso. Achso jetzt kann man nur einen geben. Ne das sobald's einer macht, kriegt das gesamte Ding nicht los. Ich wurde sehr weit weggekickt. Danke. Da kann ich dir direkt die Bombe anheften. Dann ist die weg. Schöner Kick von Lash. Muss ich mal so sagen. Wir sollten jetzt aber rein oder? Wollen wir jetzt noch... Lanes pushen und dann mit den gepuchten Lanes rein. Ja weil wir jetzt irgendwie grad wieder Lash verfolgen hab ich das Gefühl. Ich hab Gelb abgeholt und... Ich hab Gelb abgeholt und... Okay Lash ist down. We just... We should push guys. We have the Rejuvenator. Ich würde das Blau mit... Also von Blau von hinten kommen. So Gelb ist reingefahren. Ich geh zur Orang. Ich nehm da die Welt und dann... So. So. Wir müssen halt zwei Lanes mit ein bisschen pushen schon. Wie gesagt. Wie wird das? Kannst du mich da oben mal rausschucken? Kann ich versuchen? Krieg ich nicht hin. Ich geh mal von hinten rum. Mal sehen was passiert. Haben wir schon mal einen dead? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Kannst du da nicht fighten? Sehr schön. Nice job guys. Thanks. Jetzt haben wir den Buff uns geholt. Keiner ist gestorben. Ja gut. Aber wir konnten... Konnten selber fighten. Ja. Cool. Ich hab die meisten Kills. Ich hab die meisten Assists. Ich hab auch das meiste Healing. Und die meisten Assists. Hä? Aber wir haben beide die meisten Assists. Ja, wir haben beide die meisten Assists. Aber das war auch der einzig wirklich gute beim Gegner-Team. Der Maul & Krill war noch nicht schlecht. Aber die anderen... Waren halt... Naja. Der Maul & Krill hat halt sehr schnell reagiert. Wenn du ihn irgendwie reingepult... Oder wenn ich ihn reingepult hab oder sowas. Ja, die Rave und die Haze waren gefühlt Anfänger.